So, herzlich willkommen zum zweiten Teil. Ressourcenschonendes Bauen, Einsparung von Flächen. Und wir starten wieder mit einer Schätzfrage. Wie viel Fläche wird in Deutschland pro Tag durch Siedlungs- und Verkehrsflächen zusätzlich beansprucht? Sie können die Lösung natürlich wieder nachgucken, aber raten Sie doch einfach mal. Und es sind pro Tag 58 Fußballfelder. Deutschland ist sehr groß, ist klar, aber trotzdem finde ich das für sich genommen schon eine enorme Größe, wenn man sagt, dass das pro Tag passiert. Womit hat das zu tun? Ein Punkt, wenn auch die Rolle etwas unterschiedlich zu sehen ist, ist der sogenannte Rebound-Effekt. Man könnte auch sagen Wohlstandseffekt. Inwieweit das diskussionsfähig ist, ob das ein Rebound-Effekt ist, das sehen wir gleich, wenn man sich anschaut, nämlich den Raumwärmebedarf pro Kopf, also pro Einwohner. Dann sehen wir, dass der eigentlich seit ungefähr 1970 konstant geblieben ist. Und wie kann das denn sein? Wir haben ja Energieeinsparverordnungen und so weiter geschaffen. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie ist denn der Energiebedarf, Raumwärme pro Quadratmeter Wohnfläche, dann sehen wir, dass der ganz enorm zurückgegangen ist. Gleichzeitig aber der Flächenbedarf, Wohnfläche pro Person hochgegangen ist. Jetzt ist die Frage, ist das wirklich ein Rebound-Effekt oder womit hängt das zusammen? Meiner Meinung nach ist das kein Rebound-Effekt, sondern das ist ja Rebound wäre sozusagen, weil die Beleuchtung immer energieeffizienter ist, mache ich mehr Beleuchtung an im Haus. Das ist durchaus ein plausibler Rebound-Effekt. Auf Wohnfläche übertragen wäre ein Rebound-Effekt der, dass ich sage, okay, ich verbrauche weniger Wärme pro Quadratmeter, also kann ich mir eine größere Wohnung leisten. Ich glaube nicht, dass das der Zusammenhang ist, sondern dass es eher mit dem gestiegenen Wohlstand zu tun hat. Flächensparendes Planen und Bauen fängt schon auf der Stadtplanungsebene natürlich an. Und ganz wichtig zu verstehen ist, dass ich ganz früh schon im Entwurfsprozess die Weichen stelle, ob da was Effizientes rauskommen kann oder nicht. Und das fängt nicht erst beim Gebäudeentwurf an, sondern schon bei der Bebauungsplanung, bei der Flächenplanung. Wie sind jetzt die Strategien, das effizienter zu gestalten? Es gibt drei Prinzipien. Es gibt die Umnutzung-Konversion von Brachflächen in genutzte Flächen. Das heißt keine Neuversiegelung, sondern eine Umwidmung sozusagen. Dann gibt es auch die vertikale Nachverdichtung, also Aufstockung von Bestandsgebäuden. Und eine horizontale Nachverdichtung, das heißt das Schließen von Baulücken. Das heißt, das ist flächeneffizient, weil ich keine neuen Flächen versiegle. Ja, also wir sehen jetzt hier, Sie sehen vielleicht diese Entwicklung. Aufstockung auf den Bestand als Beispiel. Oder auch hier horizontale Nachverdichtung, also die Schließung von entsprechenden Baulücken. Letzten Endes ist meine Strategie die, dass ich die Nutzungsdichte erhöhe. Das heißt, ohne neue Fläche zu versiegeln, biete ich mehr Menschen Raum, sich zu entfalten. Das ist der strategische Gedanke auf Freiraumebene, flächeneffizient zu planen. Es gibt darüber hinaus noch Flächeneffizienz im Gebäude selbst. Das heißt, möglichst viel Nutzfläche tatsächlich zu umbauen mit meinem Gebäude und möglichst wenig nicht nutzbare Fläche zu bieten. Das wird aber durch ein anderes Kriterium später dann bewertet. So, und der nächste Punkt, Sie können jetzt gerne hier Pause machen. Das Video läuft jetzt einfach weiter, ist die Einsparung von Energie. Und das hängt auch zusammen mit dieser Flächeneffizienz-Geschichte. Das werden wir gleich sehen. Die Entwicklung energiesparenden Bauens in Deutschland für Einfamilienhäuser, die kennen Sie. Und Sie sehen jetzt hier die Forschungsebene. Sie sehen hier die Gesetzgebungsebene. Und beides entwickelt sich kontinuierlich seit den späten 70er Jahren nach unten. Und wir werden dieses Jahr im November, also November 2020, die nächste Stufe bekommen, das Gebäudeenergiegesetz, mit einer Definition für Niedrigstenergiehäuser. Die Kurve flacht sich aber ab, wird also nicht beliebig weitergehen. Und die gebaute Realität, der gelbe Strich, befindet sich irgendwo zwischen der Gesetzgebung und der Forschung. Aber 70% aller Bestandswohnungen wurden vor 1970 errichtet. Das heißt vor der Schaffung jeglicher Grenze in Sachen Energieeinsparung. Bis zur ersten Wärmeschutzverordnung war das alleinige Prinzip der Substanzerhaltung. Das heißt die Vermeidung von Bauschäden. Da ging es bei Wärmedämmung nicht darum, energieeffizient zu bauen, sondern um Schäden zu vermeiden. Und 70% unserer Gebäude sind vor 1970 errichtet worden. Das heißt wir müssen an die Bestandsgebäude ran. Das ist, wenn Sie im Bereich Energiedesign arbeiten möchten, das Thema. Energiedesign, auch dazu gibt es ein separates Modul. Es wird auch im Wintersemester 2020 dann angeboten, wie man Energie ganzheitlich designen kann. Was sind gerade so Beispiele für Nullenergiehäuser, Passivhäuser, Forschungsvorhaben? Das aus Berlin, das ist jetzt schon ein bisschen älter. Das Plus Energiehaus, das ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Das kann man aber auch weiterdenken. Aktivhaus, dann Plus Energiehäuser in Freiburg. Es gibt mittlerweile ganz viele Studien, die diese Bauvorhaben evaluiert haben, aus Fehlern gelernt haben. Und das, was Sie aber da sehen, rechts zum Beispiel, ist sehr viel Photovoltaik, also Strom. Und das funktioniert nur, wenn ich die Sektoren miteinander verknüpfe. Also Mobilität und Wohnen verzahne, Elektromobilität und Stromerzeugung und Stromspeicherung. Letzten Endes dezentralisiere und miteinander verzahne, sektorenübergreifend das Ganze durchdenke. Welche Handlungsfelder stehen uns jetzt da zur Verfügung im Bereich Energie? Na, das sind unsere alten Bekannten, Suffizienz, Effizienz, Konsistenz, also Energieeinsparung, Energieeffizienz und die Verwendung erneuerbarer Energien. Relativ klar, wo kann ich jetzt Energie, wo und wie kann ich jetzt Energie sparen? Welche Einflussfaktoren gibt es da? Schauen wir mal auf den städtebaulichen Kontext. Energetische Standards ist klar, bis zu 85 Prozent, das muss ich Ihnen nicht mehr erklären. Aber wo liegt da im städtebaulichen das Potenzial? Einmal in der Kubatur, also in der Form und Größe des Baukörpers. Sie sehen auf der oberen Achse das sogenannte A-zu-V-Verhältnis, also die Kompaktheit des Gebäudes. Je zergliederter mein Gebäude ist, umso größer ist die Oberfläche im Verhältnis zum Volumen. Gleichzeitig steigt leider Gottes auch noch der zulässige Jahresheizwärmebedarf. Das hängt mit dem Referenzgebäudeverfahren zusammen. Also die Dichtheit und Kompaktheit spielt eine Rolle, aber auch die Ausrichtung, die gegenseitige Verschattung oder die Verschattung durch Pflanzen spielen eine enorme Rolle. Und als Beispiel will ich Ihnen hier was zeigen. Sie sehen den ursprünglichen städtebaulichen Entwurf für ein Kasernengebiet in Augsburg. Und Sie sehen die Farbkodierung, die Skala, das ist der Energiebedarf pro Quadratmeter Wohnfläche. Und Sie sehen da relativ viel rote und gelbe Gebäude. Und wenn ich jetzt den Entwurf leicht ändere, indem ich nämlich solare Erträge ermögliche, sehen Sie, dass ganz viele Gebäude in die grüne Zone reinrutschen. Das heißt, alleine dadurch, ich schaffe genauso viele Wohnungen auf diesem Gebiet, ich erhöhe stellenweise etwas das A-zu-V-Verhältnis, aber ich ermögliche viel größere solare Gewinne. Das ist die wichtige Rolle der Stadtplanung an dieser Stelle, die das auch berücksichtigen müsste. Welche Rolle spielt der solare Ertrag für Gebäude? Wenn wir uns da ein normales Gebäude angucken, dann sehen Sie, dass je nachdem, wie dieses Gebäude ausgerichtet ist, natürlich spielt die Fassadengestaltung auch eine Rolle, ein Plus von 10, 12, 15 Prozent möglich ist, wenn es schlecht ausgerichtet ist, zu bestmöglich. Je besser aber jetzt das energetische Niveau wird, Niedrigenergiehaus, das ist noch nicht das, was das Gebäudeenergiegesetz meint, das geht eher Richtung Passivhaus. Und wenn Sie ein Passivhaus schlecht orientieren zur Sonne, dann haben Sie einen um 40, 50 Prozent höheren Energiebedarf. Deswegen ist die Verschattung und Ausrichtung der Gebäude, also der Zusammenhang zwischen Gebäudeentwurf und Stadtplanung, so enorm wichtig. Ein anderes Beispiel dazu, SolarCity in Linz zum Beispiel. Faktor Nutzerverhalten, ich habe es eben schon mal erwähnt, also die Verzahnung der Sektoren, also Gebäude, ÖPNV, Mobilität, Individualverkehr, Elektrifizierung, Stromerzeugung, all das hängt letzten Endes auch zusammen und ist der dritte große Hebel, mit dem ich Energieeffizienz realisieren oder umsetzen kann. Kommen wir zu der Zusammenfassung des Moduls 3. Was sollten Sie nach diesem Video, nach der Präsentation wissen? Können Sie hier nachlesen. Das sind auch potenzielle Prüfungsfragen für Ihre optionale Prüfung zum Professional. Was sind jetzt relevante Kriterien aus dem Katalog, den ich Ihnen zur Verfügung gestellt habe, aus dem DGNB-Handbuch? Das sind jetzt für den Bereich ressourcenschonendes Bauen diese Kriterien hier, also eine ganze Fülle von Kriterien, beeinflussen die Ressourcenschonung. Bei Gebäuden, aber auch bei Quartieren. Im Bereich flächensparendes Bauen auch einige Kriterien, die jetzt nicht nur damit zu tun haben, aber einen Anteil haben an der Flächeneffizienz bei Gebäuden und Quartieren. Und im Bereich Energie natürlich, klar, Ökobilanz, thermischer Komfort, Lebenszyklus, Kosten, also wichtige Kriterien, die wir dann auch vertieft behandeln werden im Bereich des Gebäudes und nicht so sehr im Bereich der Quartiere. Ja, dann sind wir am Ende dieses dritten Moduls, ressourcenschonendes Bauen. Wie geht es weiter? Schauen Sie sich die Aufgaben an im OLAT-Kurs und im nächsten Video geht es dann um den Zusammenhang Ressourcenschonung und Widerstandsfähigkeit, also Resilienz. Machen Sie es gut, bis dahin, alles Gute und Tschüss.